Wack, quack, quack, quack! Wack, quack, quack, quack! Baum. War das grad Hügelgräber? Ja, war ein Hügelgräber, ja. Ich wollt grad sagen, das steinigste Gebiet überhaupt erwischt, oder? Wenn du jetzt hier meckern willst! Das ist sehr gut! Danke, Lisa! Das hab ich ja auch nicht sagen wollen, aber ich wollt nur meinen, dass er ziemlich hügelig ist. Ja, Monique, ich habe an deine Worte gedacht. Und das Licht angemacht. Da drauf ein Hub. Hub, hub! Im Gegensatz zu Wub, Wub ist ein Hub, Hub durchaus angebracht, denn wir haben ein Auto. Bei mir hat sie sich gar nicht verabschiedet. Sie hat gemeint, bin weg, viel Glück, komme später wieder. Okay, bis später, Liv. Tiefflieger. Ja? Ja, das ist ein übelster Bomber, wo wir grad bei Flüger begossen waren. Alter. Bündel, Lisa? Noch eine Dreier-Helm. Vierer-Scope. Hat jemand eine M4? Nee. Ich hab immer noch eine Acke. Mir liegt noch ein Vierer-Scope, Leute. Kasten. Ich hab drei Kästen jetzt mittlerweile. Ich hab einen. Ich hab jetzt auch einen. Hier ist noch eine Dreier-Weste. Ich hatte Kaila noch gerade angesagt. Ach so. Entschuldigung. Ich hatte zwar dieses Haus, aber... So, das Dreier lege ich ab. Und das Vierer nehme ich... Also Liv, ich hab schon... Ich weiß ja nicht, wie groß deine Datei ist, aber ich hab bestimmt schon mal... Wo liegt denn jetzt das Vierer-Scope, das hier unten rum lag? Fünf, sechs Gigabyte hochgeladen und das ging... Ich hab schon mehr als das hochgeladen. Ja. Äh, dafür musst du aber dein Account bestätigt haben bei YouTube. Ach so. Hier ist das Vierer-Scope quasi. Sonst darfst du nur irgendwie... Einen Gigabyte großerteilen. An der grünen Halle auf N steht ein Mirado vorgeparkt. Da sind auch vier Spieler drin. In der grünen Halle... Vier?! Ja, auf N. Seh ich die von hier aus? Ja. Ohhhh... Wer ist da? Einen hört man nicht! Die wussten, wo wir sind. Die haben sich genau so hingestellt, dass sie hier lang Deckung haben. Nee, der ist da hingegangen, dass er es sieht. Also, na egal. Gut. Ähm... Ach so, die sind ja gar nicht in der Zone. Ey, hör auf auf mich zu schießen. Die sind immer noch in der neuen Zone. Kann leider nicht mitschießen. Ja, wenn du da raus guckst, schießen sie zurück. Ja. Oh ja, tatsächlich. Die rennen. Wow. Wer schießt denn hier jetzt? Ich weiß nicht, ich hab grad nen Hit kassiert. Ich weiß nicht, ich hab grad nen Hit kassiert. Ach. Ach, einer von denen ist zurückgeblieben. Drei sind nach links, einer ist immer noch an so nem Kaktus da hinten, so der Palme. So ner Kaktusse. Oder an den Häubern oder so. Er ist sehr beharrlich und versucht mich zu treffen. Aber ich bin nicht mehr da. Wie gesagt, drei sind nach links weggepusht. Der Arme, der da zurück bleiben muss. Glauben wir nicht, dass er muss. Oh, fuck, 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 fuck. Ich hab nen Hit gekriegt und keinen schlechten mit ner Kar auf meinen Helm. Ich muss meinen Helm teilen, neuer Leute, aber da waren ja noch welche drin, ne? Die kommen hoch. Hat nen Hit, der eine? Ich muss meinen immer neuer Leute, ich komme zu euch. Da lagen doch noch Zweier-Helme drin, oder? Ich hab nen Hit auf die Brust gekriegt, ich muss den teilen. Von wo aus? Ja, von den unten. Ne, ich mein von welcher? Oh ne, ich hab auf den Kopf gekriegt. Mein Helm ist auch durch. Na, einer steht am Mast. Da krieg ich nicht noch einen Zweier-Helm eventuell? Ich hab mir jetzt den Einzelhelm genommen, hier unten. Hier ist ein kaputter Zweier, das ist mein, ne? Die müssten gleich hier hochkommen. Mhm. Von 280. Oder die umlaufen uns ganz geschickt und kommen von hier hinten hoch. Ne, ne, die sind, ähm, da so in die Zone. Ne, nicht so weit. Hier so irgendwo in die Zone reingegangen. Die sind ziemlich weit außen rumgepusht. Die sind nicht zu uns hoch. Die sind noch hinterm Hügel dort. Okay. Passt aber auf Los Leones auf, da kann auch noch was kommen. Also ich kann ja auch nix sehen. Ich brauche einen neuen Helm, Leute. Willst du meinen haben? Nee. Weil dein Helm war schön auf, Lisa. Bist du aus Los Leones? Ja. Ich kann nur blöderweise mir das gar nicht tun. Oh, sind wir in der neuen Zone? Ne, nicht ganz. Fahrzeug von Süden? Ich bin, bin komplett in der neuen Zone. Fahrzeug von Süden? Ja, da wo ich stand, nicht. Mirado? Passt auf die Hanseln von unten auf. Die werden durchaus jetzt hier woher kommen. Unsere Freunde. Na, noch beschrubben die sich da unten. Im Idealfall sterben die, die uns beschossen haben. Ich weiß, es ist Frefe, wenn ich das sage, aber ich würde so gern bauen. Ne, Lisa, du musstest einmal mit den Gegebenheiten hier klarkommen. Aber die gefallen mir nicht. Außer dem krabbelt meine Nase. Oh, oh, vor mir war einer. Vor mir war jemand. Okay. Hier war direkt jemand. Hier sind Zweierhelm, Simon, bei mir. Der, der kaputte von mir ist das. Achso. Oder der kaputte von mir. Also ich bin, ich hätte hier gerade direkt jemanden gesehen. Okay, dann ist es doch keiner. Da habe ich mich verguckt. Ich dachte, hier war gerade in der Streamchat. Habt ihr jemanden gesehen? Ich habe an die Ridge geguckt. An der Ridge steht keiner. Wo ist denn das? Wo die hier schießen? Hinter dem Hügel noch. Was? Gut, also dieses Orangenhaus, da kann... Ach, du hast... Okay, okay. Aus dem Orangenhaus hier kann keiner schießen. Das hat oben keine Fenster. Das ist schon mal ganz gut. Schwitzerhand. Hört sich an bei denen da hinten. Plong, plong, plong. Und dann geht es wieder in die andere Richtung. Hier kommt jemand gelaufen. Das bin ich. Das bin ich. Ne. Wo? Der kommt aus 210 gelaufen. Zone kommt. Oh ne. Wieder mal leer. Ich... Blöd, Mann. Die von hinten kommen. Die haben auf... Laufen. Hat Hit. Sehr schön. Ich hab ihn genockt. Der schießt nicht auf Munition, lasst ihn sonst. Hab ihn. Achso, Lisa hat ja genug. Hat genug. Na, ich hab halt nur noch 53 zum Nachladen. Das ist halt langsam eng. Ich hab... Ich hab leider keine 700 Muni mehr für dich. Wie viel hast du? Noch 53 zum Nachladen. Komm her. Hier liegen 50. Cool. Aber die anderen, seine Buddys sind nie hier. Nee, nicht blocken, bitte! Das war nicht mit Absicht. Also links sind welche? In den Hallen auf 205, ne? Ja, ja. Wir müssen lang... Lass uns hinten rumzirkeln. Lass uns hinten lang zirkeln. Hier lang? Ja. Ja, da hinten wurde was geschossen. Nur mal so, vorhin. Mhm. Hier ist eine schöne Ridge. Für die Deckung. Hier stehen mehrere Autos. Also ein Auto und... Umgekippt das Ding. Also wir haben auch Deckung... Hier ist ein Stein. Dollarbeschuss auf Westen. Mhm. Hier ist eine Ridge, die nicht drin ist leider. Oh, hier vorne. M24 Schall gedämpft. Mhm. Mhm. Bin an der Fuckboy. Ich geh an die Mauer. Äh, komm mal hierher. Und nimm dir das mal mit. Geh wieder zurück. Alter. Das ist ein DP, oder? Oder ist das ein AUG? Wie so dumpf klingt. Ich kann's dir nie sagen. Ich nehm kurz nen Painkiller. Bloß so und so fürs Tempo und alles. Mhm. Lisa, du hast die Seite im Blick bei dir dort, ne? Ja, ja. Gut. Von unten scheint keiner mehr zu laufen. Mhm. Noch 10. Gut. Da hinten noch ne K. Ja. Wir, 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 wir atmen. Wir gehen spät. Wir move'n spät an die nächste Mauer ran. Die dürfte drin sein. Oder der umgekippte LKW. Okay. Wobei, wenn die sich da bekämpfen, dürften eigentlich alle vor uns sein. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Ich geh einfach mal in die Mauer. Mhm. Die ist noch nicht drin, oder? Doch. Gerade so. Die sind hier in dem roten Haus. Ja, oder hier vor mir in dem. Das Doppelstück, ja das ganz Hochhaus ist auf jeden Fall besetzt. Das rote auch. Also das mit dem roten Dach. Okay. Na hier das vor uns, ne? Da höre ich's, bin ich der Meinung schießen. Ja, ja. Direkt vor uns und das rote, das kann durchaus auch noch sein. Ich geh an den LKW. Ey, da müsst ihr sich reinlegen. Ding ist... Okay, von rechts smoken, oder? Ja. Oh, shit. Das war's Mick. Okay, die smoken auf 210. Äh, das rechte Haus für euch. Ja, die aim runter, die aim runter. Ja, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Nicht schießen, lass uns das ruhig zu Ende springen. Oh, schade ich. Oder? Wenn ihn kriegst, dann ja. Wenn du sagst, du kriegst... Na, nicht 100%, ne. Ne, auf keinen Fall. Weil noch wissen sie nicht, dass wir hier sind. Wir wissen nicht, wo die nächste Zone hingeht. Einer ist unten... Es sind noch vier. Noch vier. Unten links ist einer am Fenster. Wenn wir alle drin sind, lasst uns noch warten. Seid mal kurz still, bitte. Ich glaub, hier hinter meiner Mauer ist jemand... Hier läuft jemand. Bei mir hinter der Mauer läuft jemand. Ne, Lisa, bleib stehen. Ich kann's dir sagen, wenn er kommt. Okay. Und einer aimt aus dem Doppelstockhaus... Ich bin drin. Die müssen zu uns. Aus dem linken Fenster. Ich bin auch drin. Achso, ne, ich nicht. Die müssen zu mir kommen. Also... Bei dir ist, glaub ich, tot an der Mauer. Entschuldigung, ich muss bevor... Alles gut. Oh, was... Wer hat jetzt hier geschossen? Der hat mich gesehen. Der weiß, dass ich hier an der Wand bin. Alles gut. Unten links am Fenster und oben auf dem Dach. Soll ich nicht weiterschießen? Der auf dem Dach? Doch, wenn er dich gesehen... Der unten... Der unten links am Fenster hat die M24. Okay. Ich mein, wenn er dich gesehen hat, dann gib ihm ruhig, klar. Ich hab dem oben was gegeben. Gut. Der auf dem Fenster, der guckt immer mal wieder. Mhm. Oh, scheiße. Wir können dich jetzt nicht holen. Doch, warte. Warte, warte, warte. Die Nate zu uns. Nate zu uns. Kann's gleich rüberkrabbeln. Ach, schade, hat nicht geklappt. Okay. Wie gesagt, lass uns ruhig spielen. Die müssen zu uns. Die müssen rauskommen. Jaja. Bullet penetration gibt es noch nicht. Ein netter Versuch. Kommt an der Hauswand. Ich hab noch eine Smoke 3 HE. Sehr schön. Oh, nice. Der war ja gut, ey. Andere knockt oben. Sehr geil. So mein Freund. Der dritte würde zu hoch aufs Dach gehen. Jaja. Der hat aber keinen Helm mehr. Der oben, der hat keinen Helm. Das geht nicht. Ah, fast. Lisa, die, wir haben den Zonenvorteil. Die müssen runter. Der ist noch unten. Der ist noch unten. Das ist der Karschütze. Passt auf. Der zielt. Der hat sehr viel Geduld. Im Fenster. Ja, unten links. Lass dich bloß nicht knocken, Alter. Dann ist alles gut. Wir haben Zeit. Warte mal. Das wird nichts. Aus der Hocke schaffst du es nicht. Du müsstest aufstehen. Fast. Ich hatte ja auch schon, dass die vor dessen Fenster explodiert. Der ist immer noch unten, ne? Jaja, der ist immer noch da. In dem Fenster. Der steht immer noch in dem selben Fenster und aimt. Oh, ich würde so gerne. Ich weiß. Der oben, der krabbelt noch. Der ist noch schön knocked dort oben. Ja, der verblutet. Lass ihn doch. Deswegen sag ich das. Wir spielen das ruhig zu Ende. Wir haben eins gegen zwei gleich die Situation wieder. Und der muss. Hallo Mr. Spock. Sorry. Die Zone endet niemals dort. Nee. Gibt es nicht. Der kommt doch nicht schnell genug raus. Das Fenster hat Gitter. Oh fuck. Der hatte doch mich gesehen. Shit. Das wusste ich nicht. Alter, lass dich bloß nicht knocken. Ja, ich weiß. Das war wieder mein Fehler. Übliche Problem. Warum? Ich hab einmal gepiekt. Was, dass du rausguckst? Ja. Warum denn? Ja, ich weiß. Hallo, Yoshi. Alter, diese Vlogscheiße. Ich hab nur Verbände. Ich heil mich, aber wir haben ja noch Zeit. Lisa, du musst uns sagen, wo die Zone hingeht. Ja. Da ist dann ein X, ne? Ja. Ein X, ein Totenkopf. Irgend so ein komisches, hässliches Symbol. Ja, so ein Krissel-X. Soll ich mal, soll ich mal, soll ich mal versuchen nach links? Warte mal kurz. Nein. Nee, mach mal lieber nicht. Ich könnte da, wo Lisa war, ich könnte hier an den Kopf von dem Truck, dann... Ihr müsste wahrscheinlich synchron versuchen, den zu treffen. Das wird nischt. Da steht er beschissen. Ja. Äh, es reicht ein Schuss auf den Kopf, dann ist das Ding gelaufen. Lisa, versuch's. Notfall hole ich dich wieder. Noch haben wir ein paar Sekündchen Zeit. Zwar nicht viel... Schieß mal bitte, einfach, beschieß mal einfach. Okay. Bei uns. Zu uns, er muss zu uns. Sehr schön. Ah ja, tatsächlich. Na dann, Buddy. Komm ran. Ja, der verreckt er in der Zone, oder? Wäre das unschönste, aber ja. Er ist gesprungen. Er versucht die Taktik. Oh shit. Wo ist es denn? Es hat sich schon komplett zusammengezogen. Der hat sich gegengehielt. Wichser. So ein Arschloch. Ja. So ein kleiner Pisser. Schade. Unglaublich. Unglaublich. Ohne Scheiß. Das ist ja krass, ey. So. So. Und da.